Gehe jetzt auf linkverteils.net und verdiene kostenlos Geld mit Links. Dies ist sogar schon möglich für YouTuber mit 0 Abonnenten. Link ist in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal Electric Techie. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch eine Sense selber bauen könnt. Ach ja, und wenn ihr neu seid, dann abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Los geht's nach dem Intro. Für die Sense benötigt ihr zwei Cutter-Klingen, einen Motor, einen Schalter und einen 9-Volt-Clip. Die Cutter-Klingen müssen wir wie im Video gezeigt zusammenkleben. Dann kleben wir die Klingen auf den Motor. Nun kleben wir den Motor auf einen Stab. Nun müssen wir zwei Kabel an den Motor löten. Dann löten wir ein Kabel an den Schalter. Ein weiteres Kabel löten wir an den anderen Anschluss von dem Schalter. Nun kleben wir den Schalter auf den Stab. Jetzt löten wir den 9-Volt-Clip an die zwei restlichen Kabel. Zuletzt kleben wir jetzt nur noch den 9-Volt-Clip auf den Stab. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.